Ego kessii mazii Ego kessii mazii Wotan i tüchi su fane fevgati Kessii makri altos ist tosu pevati Tote chimi su, i chrisi simboli Ego kessii mazii Er ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen Mein Führer Steiner Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt 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 Ich bin mit dir verraten. Ich bin Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, einen Verraubter erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich verraten und betragen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt dem deutschen Volk! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blutwerk sie bezahlen! Sie werden zaufeln in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda, jetzt beruhig dich doch! Die Fälle sind in den Wind versprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich, der wollte ich! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich bin tot mit dem Kopf! Jetzt habe ich mir gewonnen! Untertitelung des ZDF, 2020